Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute geht es mal um ein Objekt, welches sich durch unsere Galaxie bewegt. Und dieses Objekt ist gar nicht mal so weit von uns entfernt. Das werden wir uns auch ein bisschen genauer anschauen, wo in etwa sich dieses Objekt befindet. Interessant bei diesem Objekt die Geschwindigkeit, die man gemessen hat und zwar eine Million Meilen pro Stunde. Das entspricht ungefähr 1,6 Millionen Kilometern pro Stunde und das ist extrem. Und ja, die Frage ist natürlich erstens, was ist das für ein Objekt, was da beobachtet wurde und zweitens, wie kann ein Objekt so schnell werden. Das entspricht ungefähr 440 Kilometern pro Sekunde. Das heißt also, das ist schon ordentlich unterwegs und man kann sich nur vorstellen, was passieren würde, wenn so ein Objekt in unser Sonnensystem eindringen würde, bei der Geschwindigkeit und vor allem bei der Masse, die man diesem Objekt zuschreibt. Nun, entdeckt wurde das Ganze tatsächlich von Hobbyastronomen, wobei man heutzutage ja nicht mehr so wirklich unterscheiden kann zwischen Hobby und Profi, denn die, die das entdeckt haben, das sind Profis, definitiv. Und das Witzige dabei ist, das Ganze wurde von Wissenschaftlern aus Nürnberg entdeckt. Hobbyastronomen sagt man da. Für mich sind das Profis, die sich nicht entschieden haben, damit Geld zu verdienen. Das heißt, also wie gesagt, Hobbyastronomen kann man nicht so wirklich mehr unterscheiden von Profis. Und was man jetzt vermutet, also dieses Objekt, also C-wise J1249, scheint wohl ein brauner Zwerg zu sein. Ein brauner Zwerg, das sind Objekte in unserer Galaxie oder generell im Universum, die es nicht geschafft haben, genügend Masse zu sammeln, dass sie dann ein Stern werden. Das heißt also, die Wasserstofffusion kann in diesen Objekten noch nicht stattfinden. Und das bedeutet, dass diese Objekte nur in einem bestimmten Spektrum sichtbar sind, nämlich im infraroten Bereich, denn die machen schon Wärme. Um es mal ganz einfach auszudrücken, das heißt also, die sind schon warm, Oberflächentemperatur 500, 600 Grad, also Atmosphärentemperatur, aber die Wasserstofffusion hat da noch nicht eingesetzt. Deuteriumfusion ist dort in diesen Objekten allerdings möglich und das ist auch der Grund, warum die dann Hitze entwickeln. Jetzt seht ihr hier einen schwarzen Bildschirm wahrscheinlich auf eurem Smartphone und wisst jetzt wahrscheinlich nicht so genau, was das hier eigentlich ist. Aber ich habe jetzt hier mal einen Abstandsvergleich auch inszeniert bezüglich dessen, wo das Objekt ist momentan, relativ jetzt zu den nächsten Sternen zu uns. Hier draußen befindet sich Betai-Geuze, also das hier ist Betai-Geuze, 640 Lichtjahre von uns entfernt, gehört nicht zu den nächsten Sternen. Und dann zoomen wir mal ein bisschen rein und dann sehen wir hier in der Mitte die Sonne irgendwo. Wo ist sie? Hier ist die Sonne. Das heißt also, das ist unser Heimatstern. Und um unseren Heimatstern herum befinden sich natürlich auch Sterne. Und das hier sind die 100 Nächsten. Und wenn man mal ein bisschen zoomt und dreht und macht und tut, dann sieht man hier ein paar Bekannte, die man hier auch entdecken kann. Zum Beispiel hier Alpha Centauri, Proxima Centauri. Das sind die beiden Nächsten zu uns. Ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt. Und jetzt, wenn wir mal ein bisschen rausgehen aus dieser Geschichte, dann sehen wir irgendwann mal hier draußen und ein Objekt, welches ich hier platziert habe. Und das hier ist dieses Objekt, um was es in diesem Video geht, wenn ich es anklicken kann. Manchmal ist es nicht so einfach mit Universe Sandbox. Das heißt also, hier haben wir unser Objekt in einer Entfernung von 30 Lichtjahren. Und dieses Objekt, wie gesagt, ein brauner Zwerg, bewegt sich mit einer durchaus extremen Geschwindigkeit. Also ich habe jetzt hier mal 400 km pro Sekunde als generelle Geschwindigkeit eingegeben. Das ist die absolute Geschwindigkeit. Und relativ zu unserer Sonne bewegt sich das Objekt mit ca. 200 km pro Sekunde. Aber das ist auch noch ordentlich. Und natürlich die Frage, wie kann ein Objekt, egal was es denn jetzt ist, wie gesagt, ein brauner Zwerg vermutlich, mit diesen Geschwindigkeiten unterwegs sein. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sowas passieren kann, dass so ein Objekt so schnell unterwegs ist. Und da müssen wir dann in Bereiche reingehen, auch bezüglich der Abläufe, die dann schon extrem sind. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, Objekte so zu beschleunigen. Eine Möglichkeit sind natürlich immer schwarze Löcher. Das heißt also, wenn wir hier mal eins nehmen, ein relativ kleines schwarzes Loch, jetzt hier mal mit 100 Sonnenmassen, was wahrscheinlich aber nicht dafür verantwortlich war. Denn wir müssen also hier schon davon ausgehen, dass das ein bisschen weniger Masse hatte, dieses schwarze Loch. Aber es geht hier rein prinzipiell darum, dass zum Beispiel ein schwarzes Loch mit einem zweiten schwarzen Loch, das heißt also, ein Doppelsystem in der Lage ist, sowas zu verursachen. Oder wie in dem Fall, wenn man nicht Pause drückt, dann sofort komplett eskaliert. Das heißt also, wenn wir hier unsere beiden schwarzen Löcher haben und wir haben jetzt noch ein Objekt, welches diesen schwarzen Löchern relativ nahe kommt, dann haben wir das Drei-Körper-Problem. Und das bedeutet, dass Objekte, die sich einem schwarzen Loch oder generell sich schwarzen Löchern nähern, dass die natürlich dann relativ schnell erstens einmal zerstört werden und wenn sie dann eben von der Gravitation auch beschleunigt werden, hier diese Werte erreichen können, auch bezüglich der Geschwindigkeit. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sowas funktionieren könnte. Jetzt muss man mal gucken, ob es das Ding jetzt zerreißt hier, meinen Beispielplaneten, oder ob der dann dementsprechend beschleunigt wird. Ja, der wird dementsprechend beschleunigt und wir haben jetzt momentan hier eine Geschwindigkeit, wow, ja natürlich viel zu schnell, 0,2 mal die Lichtgeschwindigkeit ist natürlich jetzt ein bisschen zu schnell, aber es geht hier ums Prinzip, wie schnell Objekte dann auch werden können, wenn sie sich in gewisser Weise starken Gravitationskräften nähern, wie zum Beispiel ein Doppelsystem aus schwarzen Löchern. Aber das muss nicht unbedingt jetzt das Thema sein, sondern es kann auch sein, dass hier Neutronensterne dafür verantwortlich sind oder zum Beispiel auch eine Supernova. Das heißt also, wenn wir hier nochmal eine leere Simulation machen, wir nehmen jetzt einfach mal nochmal einen Stern, zum Beispiel Proxima Centauri, ich glaube, den können wir auch sprengen, wenn es darauf ankommt. Das heißt also, wenn man hier in Universe Sandbox irgendwas kaputt machen will, funktioniert das immer super. Und jetzt packen wir mal nochmal diesen braunen Zwerg hier rein, das heißt also einfach in die Umlaufbahn. Und jetzt hat er natürlich, wenn er eine Umlaufbahn um einen Stern hat, auch eine gewisse Geschwindigkeit. So, und normalerweise bewegt er sich ja um den Stern herum. Das heißt, das können wir hier auch anzeigen lassen mit der Umlaufbahn. Was passiert allerdings, wenn zum Beispiel so ein Stern dann dementsprechend in einer Supernova zum Beispiel hochgeht und auch einen gewissen Anteil an Masse verliert. Proxima Centauri kann im Übrigen nicht zur Supernova werden. Nur als Beispiel, weil der relativ klein ist der Stern und wir die Auswirkungen dann in einem relativ geringen Umfang betrachten können, weil sonst wird uns die Supernova wahrscheinlich viel zu groß sein. So, jetzt machen wir mal explodieren. Wir sprengen diesen Stern jetzt. Und was dann passiert, ihr seht selber, die Umlaufbahn ist jetzt weg, weil der Stern einfach nicht mehr existiert. Was übrig bleiben würde, wäre zum Beispiel ein Neutronenstern. Und dieses Objekt würde sich jetzt dementsprechend bewegen in eine bestimmte Richtung. Allerdings habe ich jetzt etwas geschafft, was auch jetzt nicht unbedingt optimal ist, denn durch die Supernova wurde dieses Objekt desintegriert. Aber es geht hier hauptsächlich darum, dass man die Umlaufbahn dann in irgendeiner Form verliert. Ich mache das jetzt nochmal, weil das war jetzt wirklich also nicht so toll. Oh wow, das ist ja wieder eine tolle Simulation hier. Das heißt, dass wir nehmen jetzt nochmal Proxima Centauri, packen nochmal unser Objekt hier außen rum und was wir jetzt machen, wir werden das jetzt ein bisschen anders generieren. Wir werden jetzt hier einmal die Umlaufbahn anzeigen lassen und dann machen wir mal die Bahnspuren, dann sehen wir das vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und was wir jetzt machen, wir löschen diesen Stern einfach. Das heißt also, wir haben zuvor eine Umlaufbahn, das sieht man auch an den Bahnspuren hier. Das heißt also, ja, das Objekt bewegt sich herum und wenn ich den Stern, also die Masse des Sterns einfach wegnehme, dann passiert Folgendes, das Objekt fliegt dann einfach gerade aus. Und das kann unter anderem zum Beispiel auch der Grund dafür sein, warum so ein Objekt erstens dann ganz alleine durch die Gegend fliegt, das heißt also ohne Stern. Und dann kann es natürlich auch vorkommen, und das ist jetzt natürlich auch ein großes Thema, wenn dieses Objekt zum Beispiel dann in ein anderes Sternensystem eindringt. Ich meine, das Objekt ist jetzt nur 30 Lichtjahre von uns entfernt. Und wir reden ja auch immer wieder über Planet 9, das heißt also über ein Objekt, welches sich in unserem Sonnensystem befindet, was momentan noch unbekannt ist. Also wir haben es noch nicht entdeckt. Aber im Übrigen auch Funfact, die Suche nach Planet 9 hat diese Entdeckung erst möglich gemacht. Das heißt also, man sucht momentan mit diesem Teleskop nach Hintergrundsignaturen, die sich abheben vom normalen Rauschen, was man da draußen sieht. Und Planet 9 müsste man so auch entdecken können. Also wenn der eine gewisse Masse hat, dann wäre es möglich, dass, wenn er sich von der Hintergrundtemperatur unterscheidet, also wenn er noch ein bisschen wärmer ist als die Hintergrundtemperatur, die man messen kann, dann würde man sehen, aha, da ist ein Objekt. Wobei Planet 9 immer noch hypothetisch ist. Ich meine, es gibt Hinweise darauf, dass er existiert, aber er wurde eben noch nicht entdeckt. Was man auch machen kann bei der Suche nach solchen Objekten oder generell auch noch Planet 9 ist Mikrogravitationslinsen. Das heißt also, so ein Planet hat auch eine Gravitationslinse. Die ist zwar sehr schwach ausgeprägt, aber ja, ähnlich wie bei schwarzen Löchern, verzerrt ein Objekt mit Masse den Hintergrund. Das heißt also, weil das Licht einen kleinen Bogen machen muss. Und das könnte auch helfen, diesen Planet 9 zu finden. Auch interessant, wenn solche Objekte wie zum Beispiel das, was wir gerade angesprochen haben, in ein Sonnensystem eindringt, dann kann es natürlich für Chaos sorgen, logischerweise. Nehmen wir mal an, dieses Objekt dringt jetzt hier in unser Sonnensystem ein, dann könnte das für ordentlich Chaos sorgen. Wenn das zum Beispiel durch ein Asteroidengürtel fliegt und Asteroiden dann, oder generell auch in den äußeren Bereichen unser Sonnensystem in der Ortschen Wolke, da habe ich ja ein Video dazu gemacht, was da alles passieren kann. Und auch solche Objekte können natürlich solche Wirkungen haben. Und deswegen, ja, ist es ganz gut, wenn man mal die nächste Umgebung sich ein bisschen genauer anschaut, was da alles unterwegs ist. Aber ja, dieses Objekt hier, also jetzt auch falsch benannt, vielleicht sollte ich das noch kurz ändern, damit wir hier die richtige Bezeichnung auch haben. Dieses Objekt hier könnte im Verlauf tatsächlich interessant werden, auch bezüglich der weiteren Beobachtung, weil man so auch gewisse Ideen entwickeln kann, wie zum Beispiel sowas überhaupt passieren kann, dass so ein Objekt mit dieser Geschwindigkeit unterwegs ist. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Artikel wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.